In 5. Mose 21, Vers 18, da heißt es, wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen, so sollen sein Vater und seine Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten seiner Stadt führen, zu dem Tor jenes Ortes. Und sie sollen zu den Ältesten seiner Stadt sagen, dieser unser Sohn ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht, er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Dann sollen ihn alle Leute seiner Stadt steinigen, damit er stirbt. So sollst du das Böse aus deiner Mitte ausrotten, das ganz Israel es hört und sich fürchtet. Und bevor ich jetzt wirklich auf das Thema in diesen Versen eingehe, komme ich wahrscheinlich nicht drum herum, was zu diesen Versen ganz allgemein zu sagen, nicht wahr? Denn Atheisten lieben es natürlich, diese Verse falsch zu zitieren. Es ist nicht so, dass sie einfach diese Verse wirklich zitieren, wie sie da stehen, sondern was Atheisten gerne sagen ist, die Bibel sagt, wenn ein Sohn seinen Eltern nicht gehorcht und wenn ein Kind seinen Eltern nicht gehorcht, dann soll es getötet werden. Aber ist das, was die Bibel hier sagt? Ich meine, sagt die Bibel, wenn ein Kind seine Hausaufgaben nicht macht, wenn ein Kind mal seinen Eltern ungehorsam ist, soll es getötet werden. Ist das, was die Bibel sagt? Nein, lasst uns die Versen nochmal lesen. Wenn jemand einen widerspenstigen und störrischen Sohn hat, der der Stimme seines Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht und ihnen auch nicht folgen will, wenn sie ihn züchtigen. Das ist der erste entscheidende Hinweis. Ein Kind, das nicht folgen will, auch wenn es von den Eltern gezüchtigt wird. Aber nicht nur das, sondern was sagen dann die Eltern? Um was für einen Sohn geht es? Dieser, unser Sohn, ist störrisch und widerspenstig und gehorcht unserer Stimme nicht. Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Auf wie viele Kinder trifft das zu? Ich meine, erstens, wie viele Kinder in Deutschland werden überhaupt noch ordentlich erzogen von ihren Eltern, das heißt mit körperlicher Züchtigung? Denn das ist, was die Bibel lehrt. Und wenn du dir denkst, dass es irgendwie so schlimm sei, weißt du was, dann hast du einen an der Waffel, dann spinnst du. Dass es irgendwie so schlimm sei, körperliche Züchtigung, wie kann man sowas sagen? Wie kann man im 21. Jahrhundert sowas noch lernen? Aber hier ist das Ding. Leute denken heutzutage, dass es irgendwie so schlimm sei oder so lieblos sei Kindern gegenüber. Aber warte mal, die Bibel sagt, wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Nochmals, wer die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber züchtigt, wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Also du, Durchgeknallter, der du denkst, dass es irgendwie lieblos sei. Und wenn du Kinder hast, du hasst deine Kinder offensichtlich. Es ist genau andersherum. Aber das nur mal so am Rande. Um was für ein Kind geht es hier? Ein Kind, das, auch wenn es gezüchtigt wird von den Eltern, nicht gehorchen will, trifft auf kaum Kinder zu in Deutschland. Und was macht dieses Kind? Er ist ein Schlemmer und ein Säufer. Das trifft nicht auf viele Kinder zu. Es geht hier um jemanden, um ein Kind, das sich nicht mehr verbessern lässt. Ein Grund dafür könnte sein, dass dieses Kind sogar schon verworfen ist. Ich meine, ich sage nicht, dass das definitiv der Fall ist, aber das könnte ein Grund sein. Und ja, auch Kinder könnten schon verworfen werden. So traurig das ist, das kann passieren leider. Aber wie auch immer, würde dieses gerechte Gesetz angewendet werden heutzutage, dann gäbe es keine nutzlosen Penner, die buchstäblich nicht arbeiten wollen. Denn das ist so gut wie immer der Fall, dass sie nicht arbeiten wollen. Sie könnten arbeiten, aber sie wollen es nicht. Normalerweise, wenn jemand ganz unten ankommt, kommt er zur Besinnung, nicht wahr? Oh Mann, ich bin ganz unten angekommen, mein Leben ist gerade komplett nutzlos, ich muss was ändern. Aber was machen Penner da draußen? Kommen sie zur Besinnung? Nein, sie sind unverbesserlich. Es gibt Menschen, die du ganz einfach nicht verbessern kannst. Sie sind einfach unverbesserlich geworden. Und das ist die Realität, die du akzeptieren musst. Wenn du Probleme hast mit diesen Versen, dann spinnst du. Denn rate mal was, der Gott, der dieses Universum geschaffen hat, weiß es besser als du. Ich liebe diese Verse, ich sage Amen dazu. Und das ist nicht, was Atheisten behaupten. Sie legen falsches Zeugnis über die Bibel ab. Sie behaupten, wenn ein Kind ungehorsam ist, den Eltern. Hey, jedes Kind ist den Eltern ungehorsam. Glaubst du allen erstens, dass die Bibel lehrt, dass alle Kinder umgebracht werden sollen? Das ist nicht, was die Bibel hier lehrt. Lies die Verse. Es geht um ein Kind, das auch wenn es gezüchtigt wird. Ein Kind, das ein Säufer und ein Schlammer ist. Auch wenn es gezüchtigt wird von den Eltern. Das ist dann immer noch nicht umkehrt. Um solche Kinder geht es hier. Und ja, da sagt die Bibel, Todesstrafe. Amen.